jo leute was geht hier ist euer desti ein kleines info video für heute es gibt heute ein fettes programm daher mache ich jetzt noch ein kleines ankündigungs video auf youtube heute sind wir auf twitch live um 17 uhr und da machen wir unser zweites großes minecraft projekt nämlich daro ich sag jetzt nur ganz kurz um was es geht es ist ein minecraft projekt im duo format und es ist fast wie da war also falls dein oder anderes kennt aber da werden noch viele neue sachen reingepackt werden es wird um 17 uhr anfangen also falls ihr sogar bock habt wir haben nämlich paar plätze frei wieder weil paar leute können auf einmal heute wieder nicht ist gar kein stress aber falls ihr bock habt weiß sie auch alleine seid weiß sie einen partner habt ist egal ihr könnt euch noch gerne anmelden schreibt mir einfach dazu eine discord nachricht und könnt auch in den kommentaren eine nachricht schreiben und auf jeden fall heute um 17 uhr dabei sein auf twitch denn das wird auf jeden fall sehr interessant das geht dann drei stunden also falls ihr sagt hey ich habe zeit ich habe bock ich habe minecraft ihr müsst die bedrock version besitzen ganz wichtig da werden auch konsolenspieler dabei sein also ihr könnt gerne auf jeden fall da vorbeischauen und mitmachen und zweite sache wir sind dann auch noch heute auf youtube auch noch live ich werde bis es ging konnte es wieder machen custom games machen ich glaube so um halb neun oder neun werde ich auf youtube dann auch noch live sein für paar stunden auf jeden fall auch noch einen kleinen entspannten abend stream auf youtube und ich will euch noch kurz mich auf jeden fall bedanken für die ganzen neuen abonnenten und für die ganzen klicks alles wirklich ein riesen dankeschön wir stehen kurz vor 11.500 wir haben einfach fast 200 abos in den in einer woche gemacht in einer woche was krasses riesen dankeschön auf jeden fall und ich wünsche euch auf jeden fall noch einen entspannten tag wir sehen uns auf twitch und auf youtube und alles ist in den kommentaren in der video beschreibung verlinkt